Ein Arbeiter braucht für einen Auftrag sechs Stunden, zwei Arbeiter benötigen drei Stunden und drei Arbeiter nur noch zwei Stunden. Es handelt sich um eine indirekt proportionale Zuordnung. Das heißt, je mehr von dem einen, desto weniger von dem anderen. Also verdoppelt man die Zahl der Arbeiter, so halbiert sich die Zahl der Stunden. Ist ja auch logisch, wenn mehr arbeiten, brauchen sie natürlich weniger Zeit. Entsprechend brauchen dann drei Arbeiter nur noch zwei Stunden für den Auftrag. Die Werte der Wertetabelle kann man in einem Graphen anschaulich darstellen. Dazu zeichnen wir zunächst ein Koordinatensystem. Zwei Achsen, eine X- und eine Y-Achse. Die Achse nach rechts ist die X-Achse, die Achse nach oben die Y-Achse. Wir beschriften sie mit unseren Werten aus der Wertetabelle. Das heißt, wir haben einmal die Arbeiter und einmal die benötigten Stunden für den entsprechenden Auftrag. Auf den Achsen trägst du dann die Werte an, entsprechend der Werte aus der Wertetabelle. In der Regel wählst du einen Abstand von ein oder zwei Zentimetern. Beim Zeichnen suchst du jeweils zwei zueinander gehörende Werte aus der Wertetabelle auf den Achsen. In unserem Beispiel ein Arbeiter und sechs Stunden. Von der Y-Achse gehst du waagrecht nach rechts und von der X-Achse senkrecht nach oben und erhältst dort deinen Schnittpunkt. Wenn wir jetzt die Arbeiterzahl verdoppeln, so haben wir bei der umgekehrtproportionalen Zuordnung ja das Phänomen, dass die Stunden weniger werden, denn mehr Arbeiter weniger Zeit. Also Schnittpunkt etwas weiter links. Anders als bei der direktproportionalen Zuordnung erhalten wir hier keine Gerade, sondern eine zunächst stark fallende und dann immer flacher werdende Kurve. Deswegen müssen wir hier auch mehr Punkte einzeichnen. Nehmen wir also noch einen dazu. Wenn wir vier Arbeiter einsetzen, so brauchen die nur noch 1,5 Stunden. Und aus der Wertetabelle wissen wir, dass sechs Arbeiter nur noch eine Stunde für den Auftrag benötigen. Man könnte natürlich jetzt versucht sein, das Lineal anzulegen und sich hier eine Verbindung herzustellen, aber das klappt nicht, denn wir haben ja eine stark fallende und dann flacher werdende Kurve. Das heißt, wir müssen hier mit Hand zeichnen. Am besten nimmst du da einen Bleistift und verbindest so ganz vorsichtig die einzelnen Punkte miteinander, dass sich eine Krümmung ergibt. Das ist ganz wichtig, dass man die nicht gerade verbindet, sondern es soll sich ja insgesamt eine Kurve ergeben. Das kann man ruhig schrittweise machen, so ein bisschen schraffieren, ein bisschen stärker dann so langsam, dass wir einfach insgesamt eine Kurve bekommen, die sich so an beide Achsen anschmiegt. Was hier noch interessant ist, weiter rechts als sechs Stunden ist diese Kurve ziemlich sinnlos, denn weniger als einen Arbeiter kann man ja schlecht einsetzen.